Kennst ihr das Gefühl, wenn ihr richtig wütend seid und ihr wollt am liebsten alles rausschreien oder irgendwas zerhämmern? Ja, das ist ein Gefühl von Wut und diesem Gefühl sollte man meiner Meinung nach auch den Lauf geben. Man sollte den Ärger und die Wut die man hat nicht unterdrücken. Herzlich willkommen, heute geht es um das Thema Wut. Ich bin Arabelle, eure Ernährungs-, Fitness- und Mentaltrainerin. Ich sitze hier im Teenager-Zimmer meiner Tochter und auch hier gibt es Momente, nicht zuletzt beim Homeschooling oder auch normal bei den Hausaufgaben, wo man sich ärgert als Erwachsene über vielleicht das Verhalten eines Kindes, aber genauso umgekehrt. Und ich bin der Meinung, Kinder dürfen sich ärgern und sollen sich ärgern und die sollen dem auch Ausdruck verleihen. Und daher ist es einfach wichtig zu wissen, wann spüre ich diese Wut und was kann ich dagegen tun? Wütend wird man meistens über negative Erfahrungen oder Erlebnisse, die man hat und das ist mit Stress verbunden. Und wie wir wissen, wenn Stress im Körper ausgelöst wird, dann schießt Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Testosteron, wird ausgesprüht aus dem ganzen Körper. Und das ist auch okay so, wenn es kurz danach wieder aufhört. Aber wenn wir Gefühle haben, die wir immer wieder haben von Wut, von ich bin nicht gut genug, ich bin traurig, dann kann es gefährlich werden. Und dann sind wir in einem Distress, das eventuell sogar chronisch werden kann. Deshalb habe ich mir heute das Thema Wut hergenommen und gebe euch ein paar Tipps, was man tun kann, damit man die Wut nicht in sich hineinfrisst. Aber Wut muss ja nicht immer was Schlechtes sein, sondern es ist ein Ausdruck seiner eigenen Gefühle. Es ist eine Abgrenzung zu der Situation, die man gerade hat. Es ist aber auch ein Mobilisieren der Kräfte. Also wichtig ist, dem ganzen Raum zu geben. Auch eine Anerkennung zu der Situation. Ich fühle mich im Moment so und deshalb nehme ich es ernst. Je nachdem in welcher Situation man ist, natürlich außer Gefahrensituation, das ist klar, vor allem auch bei kleineren Kindern, sollte man sich aus der Situation rausnehmen. Wenn man merkt, der Blutdruck ist schon so, steigt schon und man atmet, schon kurzatmig und man wird einem auch ein bisschen schwindelig, dann muss man denken, okay, das könnte jetzt gefährlich werden, also für einen selber. Dann geht man in einen anderen Raum. Das hilft wahnsinnig, sich kurz aus der Situation rauszuholen. Wenn man das nicht schafft, dann abgrenzen, psychisch abgrenzen, nicht nur körperlich. Ganz kurz die Augen schließen und was auch hilft, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber sich vorstellen, dass man quasi als Zuschauer in der Situation ist. Sich rauszunehmen, als ob man als Regisseur hinter der Kamera steht und eigentlich zwei anderen Menschen zuschaut in dieser ganzen Situation. Ich habe das probiert. Ich kann euch sagen, ich habe am Ende nur noch gelacht, weil die ganze Situation für mich absurd gewesen ist. Aber trotzdem ernst nehmen in der Situation. Keinen Auslachen, weil man ist wütend, weil man etwas so empfindet und dem, wie gesagt, sollte man Raum lassen. Was auch eine gute Sache ist, ist danach, wenn man sich dann schon wieder beruhigt hat, das Ganze aufzuschreiben. Was hat mich denn so getriggert? Ist das eine Situation, die ich in Zukunft besser machen kann? Werde ich immer wütend? Bin ich wütend auf die Situation oder vielleicht auf mich selber und kann etwas ändern in diesem Bereich? Und genauso ist es auch bei den Kindern. Aufschreiben, was kann es sein und gemeinsam daran arbeiten, eine Lösung zu finden, dass das nicht mehr passiert. Alles Gute!